Ich gehe davon aus, dass wenn gleich die Mannschaft zum Training kommt, was wir gleich haben werden, der Blick nach vorne geht und wir uns auf das konzentrieren, was jetzt extrem wichtig ist, nämlich mit einem positiven Spiel gegen Stuttgart schnellstmöglich wieder in die richtige Richtung zu gehen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir das auch hinbekommen, werde die Mannschaft gleich voller Vorfreude und Energie empfangen. Eine klare Führung von mir und eine klare Ausstrahlung von positiver Energie wird es geben, aber gleichzeitig auch eine klare Ansprache an den Einzelnen, was zu tun ist. Und ich glaube auch, wenn es ein bisschen abgedroschen ist, aber es ist die Wahrheit, entscheidend ist, dass wir alle gemeinsam die Dinge tun auf dem Platz. Und das sind die Rezepte in solchen Momenten. Und dann kommt es auf die Vermittlung an. Da gilt es einfach zu machen. Ich glaube, wir haben viel gesprochen, viel geredet. Jetzt müssen wir einfach die Reaktion dann auch auf den Platz zeigen. Und wie eben schon erwähnt, wir denken nicht über die nächsten zwei oder drei Spiele nach und was soll bis Winter sein. Nein, wir denken nicht an den Winter oder den Weihnachten oder Weihnachtsurlaub, sondern nur an das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wir werden aufstehen, wir werden alles dafür tun, wir werden alles in die Waagschale werfen, diese Trendwende morgen gegen den VfB Stuttgart einzuleiten. Und da ist in dem Fall die ganze Mannschaft gefragt und die ganze Mannschaft auch in der Pflicht.